So meine Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zum Mad Max. Der Typ der hier fast am Verrücken ist. Du müsstest mich ganz genau anhören. Der Typ der schnuppert an dem Ding. Und eigentlich furzt der immer. Aber ich weiß jetzt nicht warum der jetzt nicht furzen will. Der Typ ist aber nur krank. Der will die ganze Zeit furzen. Und ich weiß auch nicht. Was ist das hier? Die Schnellreise zu diesem Ort ist nicht verfügbar. Was ist das da? Wo müssen wir denn hin? Ich weiß nicht wo wir hin müssen man. Oh Alter. Was ist denn hier ein historisches Relikt? Da will ich jetzt irgendwie mal hin. Da fahren wir jetzt auch mal hin. Ich habe keine Ahnung wo wir hin müssen. Deswegen fahre ich jetzt einfach. Ich überlege gerade nur warum der Schumbucket immer unseren Motor raus hat. Der nimmt einfach immer unseren Motor raus. Ich glaube die Profane-Caps der Skrotus-Hordes müssen verbrannt werden. Bitte was? Was will der von uns? So. Warum brennt der? Da ist noch so ein Typ. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Hätte ich doch gerade getötet oder nicht? Ja. Du bist jetzt tot. Du wolltest es so. So. Hier war ein Relikt. Das nehme ich mir jetzt so irgendwie irgendwo. Wenn ich es finde. Ist bestimmt hier drin. Was haben wir hier? Munition. Ein Sniper-Gewehrschuss. Jawohl. Und das andere. Da. Das hier ist noch Schrott. Aber wo? Wo ist der? Da oben. Wie komme ich denn da hoch? Wie zur Hölle soll ich denn da hoch? Hö. Munition voll, als wenn ein Dreischuss voll am Arsch. So. Wie komme ich da jetzt hoch? Wie soll man denn da hoch? Oh. Ja, Leute. Ich habe es jetzt gesehen. Hallo. Hoppala. So. Da ist es. Das Relikt. Ist das eine Tasse? Oder was ist das? Ich kann es nicht lesen. Denkst du, das ist eklig? Kumpel, die Leute werden alle möglichen Krabbelviecher essen, wenn wir in Zukunft keine Ressourcen mehr haben. Ich rede über Kakerlaken und Larven. Was auch immer. Außerdem sind sie recht gut. Sobald man über das Aussehen hinweg ist. Okay. Okay. Das wissen wir jetzt. Das wissen wir jetzt. Bam. So. Jetzt gehen wir wieder zu unserem Auto. Und mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Aber trotzdem. Irgendwie. Ich weiß nicht, was wir mit dem Jack. Was wir machen sollen. Ich verstehe es nicht. Wir sollten sie jagen. Da ist schon ja so ein Tornado, Alter. Der wird uns noch wegsaugen wollen. Ey, Kollege. 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 Bleibst du stehen? Ich brauche dein Wasser. Hi. Wasser geben? Ich habe nichts vom Wasser. Es tut mir leid, Leute. Ich habe leider nichts. Entschuldigung. Tschüss. Die letzten von euch habe ich übrigens umgefahren. War aus Versehen. Also so sehe ich das. Egal. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Müssen wir denn da hin? Müssen wir da hin oder was? Ich weiß nicht, ob wir jetzt da hin müssen. Oder nicht. Oder wollen wir erst mal diese Dinger hier zerstören? Ja, auch vielleicht eine Idee. Da ist das. Wir sind jetzt aber hier oben. Oder wollen wir das jetzt zerstören? Wir zerstören das. Da haben wir jetzt einen Wegpunkt gesetzt. Das zerstören wir jetzt. Hallo. Ich muss sehr lang. Oh. Äh. Ähm. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das Ding zerstören wir jetzt mal. Mal gucken, ob wir jetzt dann irgendwie mehr Platz haben oder sowas. Bam. Ist das jetzt größer geworden? Nö. Da hinten ist aber ja so ein Sniper. Aber ich bau noch das, was hier liegt. Das sind... Da sind welche. Ich hab Angst. Oder beziehungsweise hier fahren welche lang. Hallo. Ich muss da hin. Drehen die Runde, die kleinen Bastarde. Da will ich aber irgendwie ungern hin. Ich weiß gar nicht, was das ist. Äh. Was ist denn das? Das ist kein Ausguck. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ist das das oder was? Da will ich irgendwie ungern hin. Das Ding müssen wir... Löse bei Grieferzeichen ein. Um Wachsfähigkeit und so. Sollen wir mal die töten? Wir legen einfach mal einen Wegpunkt. Und mal gucken... Ob wir... Also ob das... Gut bewacht ist oder nicht. Hui. Aua. Was ist jetzt alles? Oh, die Verbesserung für den Jack an. Ich weiß nicht, was der Jack ist. Ist der Jack unser Wagen? Nein, ist das nicht. Was ist denn das für einer? Hallo, du Clown. Hallo, du da. Hallo. Hey. Du Arsch, schräg mit mir. Ist er tot? Lol. Ich weiß nicht, was das für einer war. Aber jetzt ist er tot. Und wir brauchen irgendwie mal wieder ein bisschen was zu trinken. Habe ich so das Gefühl. Irgendwie will ich da nicht hin. Aber irgendwie muss man da hin. Das ist der Sniper. Okay. Dann werden wir da einfach einmal kurz... Ja, ich hab den gesehen. Hui. Dann ziehen wir das noch kurz kaputt. Alter, ich muss da... Los. So. Was ist jetzt das... Was ist das? Warum ist hier sowas? Irgendwas ist da. So, das haben wir jetzt zerstört. Das ist gut. Aber hier war doch noch irgendwas ganz nah. Das, was ist das? Was ist das? Da will ich jetzt hin. Da kann man irgendwelche Fähigkeiten verbessern. Aber ich... Der Feind kommt im Wurst. Äh. Äh. Bleib weg, du Arsch. Hui. Was wollt ihr eigentlich, hä? Äh. Bam. Das Ding explodiert, glaube ich, gleich. Bam. Bam. Hallo. Was sollte das denn jetzt, hä? Alter. Nein, die machen uns kaputt. Die machen uns kaputt. Repariere, schnell. Ja, jetzt hat er sein Feuerlöscher rausgeholt. Alter. Der hat uns ja fast kaputt gemacht, ey. Hui. Also, gegen zwei können wir es noch nicht aufnehmen mit unserer Schrottkarre hier. Das wissen wir jetzt. Einer war aber immerhin zerstört. Das ist schon mal ganz geil geworden. Da hinten brennt noch irgendwas. Ob wir da jetzt hin sollen, weiß ich nicht. Warte mal, mal gucken. Ähm. Wo ist denn das dann? Das sieht man hier auf der Karte dann nicht, ne? Ne, aber wir müssen erst mal das Zeug da holen, was da jetzt liegt. Da liegt ja jetzt irgendwas. Der Typ ist anscheinend abgehauen. Keine Ahnung, wo jetzt die kaputten Teile liegen. Aber wir gehen jetzt mal zu diesem Typen. Oh, lol. Lol. Was ist das hier? Alter. Was zur Hölle? Ist das der Typ wieder? Ja. Da steht er wieder, unser Freund. Ich weiß gar nicht, ob er gut oder böse ist. Er macht einen netten, aber gruselig-mysteriösen Eindruck. Allein schon mal... Alter. Alter. Hi, Kollege. Hi. Lol. Was nehmen wir denn hier? Was kann man denn hier nehmen, Alter? Wir müssen noch irgendwas nehmen. Erreichen sie den nächsten Rang, um ein weiteres Zeichen benutzen zu können. Oder was? Äh. Erhöht Max' Fähigkeiten durch Nahrung, mehr Gesundheit zu erhalten. Benutzt ein Zeichen und Max' Legendenstufe. Nehmen wir das. Das geht noch nicht. Achso, was nehmen wir denn hier noch? Äh. Äh. Fähigkeiten, man plündern, mehr Schrott zu halten. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ähm. Was ist das hier? Äh. Äh. Fähigkeiten, Waffen länger zu benutzen, bevor sie zerbrechen. Äh. Länger im Wutmodus zu bleiben. Das könnte ganz gut sein. Waffen mehr Schaden zu. Ja, das nehmen wir noch. Was nehmen wir das hier? Weniger Treibstoff zu verbrauchen. Bis jetzt haben wir noch keinen Mangel gehabt. Na, deswegen nehmen wir erstmal das. Bestätigen. Hui. Boah. Dem ging es jetzt gerade, glaube ich, gar nicht gut. Hauptsache, jetzt ist einfach alles weg, was hier war. Und wo sind wir hier? Wie sind wir hier lang gegangen? Von hier, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und was ist da oben? Fragen über Fragen. Da sind schon wieder, Alter. Die drehen da ihre Runden. Was ist da oben, Alter? Dass das jetzt auch weg, dieses Zeichen? Oh, hier kommt mal noch irgendwas. Ah, genau. Das historische Relikt, das wollte ich haben. Vorsicht, wir werden hier gleich eingesaugt. Jetzt nicht mehr. Hui. Aber ich weiß trotzdem nicht, was der Jack ist, Mann. Das Relikt soll da oben sein, okay. Können wir hier hochfahren? Funktioniert das? Woher sind wir, Boss? Das funktioniert. Oh, ein Sniper. Alter, was ist das? Okay, wollte ich gerade sagen. Reparier mal hier, Kollege. Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Okay. Was steht hier drauf? Ich glaube, die Stadt, dieses Wochenende zu verlassen, war eine super Idee. Unser Haus war mal da drunter. Okay. What the fuck? Krank. Giraffe ist in der Region aufgewacht. Schnelles Geld. Okay, okay, okay. Warum stehen die denn da? Warum stehen die da? Man müsste ja jetzt eigentlich aus Prinzip überraschen und vernichten. Aber ob das so gut ist, ist ja eine andere Sache. Wir machen das einfach. BAM! Alter, hallo! BAM! Oh-oh. 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 Ich habe ihn gedreht. Jawohl. Da ist noch das Auto. Das ist immer noch heile. Das muss zerstört werden. Boah. Oi, oi, oi. Oh, scheiße. Ah! Er macht uns kaputt. Er macht uns kaputt. Er macht uns kaputt. Hi! Er macht uns wirklich kaputt. Und er ist schneller als wir. Dreh der weg, dreh der weg, dreh der weg. Nein, tut er nicht. Hoffentlich tut der Sniper uns jetzt nicht abschießen. Sondern das sind nämlich mehrere Sniper. Der Typ hat uns gefunden. Doch nicht. Er steht da noch. Präparier schneller. Ich will ihn töten. Ich muss ihn töten. Was macht der denn da? Ja, mir auch nicht. BAM! Ja, jetzt haut er ab. Was für eine Pussy, ey. War hier nicht auch noch einer? Ich will zurück in die Base. Ich möchte hier nicht mehr sein. Äh. Dann gehen wir da mal hin. Aber wir sind ja jetzt auch schon ein kleines Stückchen wieder weg. Ich weiß trotzdem nicht, was wir machen sollen, ne? Ah, hier ist noch der Typ. Machen wir das noch kaputt? Wenn wir denn schon hier sind. Da ist der Typ, da ist der Typ, da ist der Typ. Äh, was will der? Äh, batz! Wir sagen jetzt, dass er tot. Aber hier lag doch gerade was. Oder ist das nur Benzin oder so? Das ist Schrott, das ist Schrott. Aber wir können ja jetzt wieder hin zu dem Typen. Aber weil er jetzt irgendwas freigeschaltet hat, mussten wir jetzt machen. Das mach ich jetzt noch. Das muss jetzt noch getan werden. Okay. Alter, wie er überall was raucht. Da ist der Typ wieder, jawohl. Boah, da werden sie alle rumschreien. Ich höre immer dieses Geschrei. Mehr höre ich nicht. Ich höre, da ist das, was ich nicht mehr so gut ist. Ich höre, da ist das, was ich nicht mehr so gut ist. Was the fuck? Okay. So, jetzt können wir wieder was verbessern. Äh, erhöhte Munition zum Plündern, ja, das wäre vielleicht ganz gut und, äh, Langlebigkeit, das müssen wir machen. Bestätigen. Hui, jetzt sind wir wieder krank. So, jetzt mal wieder aufwachen und dann schleunig zurück in unsere, keine schlechte, verbaute Festung. Ich weiß trotzdem nicht, was der Jake ist, verdammte Scheiße. Das soll uns mal jemand erklären, ey. Ich hab geguckt, aber, ihr werdet net. Ihr werdet einfach net. Das da oben müssen wir auch mal einnehmen, dann später. Aber da hab ich jetzt keinen Bock drauf, weil ich hab, ich mag die Sniper nicht, die sind gruselig. Aber ich will nicht sterben. Könnt ihr mich in die Hose gehen? Und das ist dann nicht lustig. Das sind wieder die, die Wasser haben wollen oder, keine Ahnung. Oder gibt es da oben Wasser? Alter, da oben gibt es Wasser. Glaube ich. Das kann man sich dann nochmal holen. Warum sind die hier? Habt ihr, habt ihr keine Hobbys oder so? Hallo. Viel zu viele Menschen. Zack. Boah. Bam. 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 Du Pisser. Nee. Zack. Zack. Hallo. Hallo. Du Pisser. Ins Gesicht. So, ist jetzt Ruhe hier. So, was haben wir denn hier? Ein Bauteil. Vielleicht können wir jetzt endlich was fertig bauen. Bitte, lass es fertig. Bitte, bitte, bitte. Ah. Das ist Teil 2 erst. Nein, das wollte ich nicht. Das fand ich eher unwichtig. Ah, hier ist nochmal Schrott. Geil. Hier, eine Ratte. Hier. Hier ist irre. Das kann man aber mitnehmen. Die Felsflasche auffüllen. Boah, ist hier viel Wasser drin. Ich würde auch gerne den Typen was geben, die hier fast am Verrecken sind. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob es uns was bringt. Deswegen, ne? Das trinken wir mal aus. Also nicht aus, sondern nur... Boah, jetzt können wir eigentlich schon voll viel Leben haben. Das ist geil. Wo ist das andere Schrott? Soll ja hier noch einen Schrott geben. Hier oben vielleicht. Jawohl, hier ist das Schrott. So, super reiche ich 100%. Und jetzt gehen wir schnell zurück zu unserer Bude. Benzin sollte man noch genug haben. Deswegen können wir uns auch da lassen. Okay. Einsteigen und auf nach oben. Wir müssen dann wirklich dieses... Dieses... Hoheitsgebiet... Für den G-D. Auf jeden Fall erweitern, dass wir... Uns hier freier bewegen können. Also... Wir sind hier wirklich eingeschränkt. Dann ist halt diese... Diese... Diese so riesen Konvoi, der da immer lang eiert. Vor dem muss man wirklich Schiss haben. Wenn da fünf Autos auf dich losfahren, da ist es glaube ich nicht so ganz toll für uns. Ist es gerade dunkel oder wie ist das? Gibt es hier ein Dunkelwerden? Ich weiß es nicht. Wir gehen dann erstmal wieder hier nach oben. Alter, was war das denn schon wieder? Irgendwas hat mich da schon wieder gesehen. Naja, ich würde sagen, in dieser Stelle habe ich mir gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!